Am Altmund, und hier sehen Sie das Hotel Bern, es sitzt alles voll, das All-Inklusiv wird hier voll ausgeschöpft, sehr viele Engländer, sehr viele Holländer, und die können trinken bis zum Umfang. Das ist der Wahnsinn hier. Hier sitzt oben alles voll, hier ist das Dachbarhaus, das Kleiderhaus, und hier seht ihr das große, die neuen Stockwerke. Wenn einer einen ruhigen Urlaub möchte, soll der nicht hierher gehen.